Ein natürliches Stirn-Design oder die Stirnbehandlung auf eine ganz natürliche Art und Weise und die Patientin kommt aus Empfehlungen, sie hat die Freundin bei uns, oder die Freundin hat sich bei uns schon mal behandeln lassen und sie hat die ganzen Videos zur Behandlung gesehen und möchte gerne, dass die Stirn noch eine Bewegung hat, aber trotzdem diese Denker- oder Sorgerfalten halt nicht mehr im Vordergrund sind und dafür ist sie bei uns. Die Behandlung erfolgt jetzt hier in der normalen Art und Weise, wie wir die immer durchführen und ich denke, sie bekommt auch das gleiche und schöne Ergebnis wie ihre Freundin.